Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. 7 Degas und Square Cross. Wir haben Montag, sprich wir haben die Update-Vorschau am Start. Das heißt, wir schauen uns das Update an und man hört, ich bin seit einer Woche knapp komplett krank. Aber versuch trotzdem die wichtigsten Videos zu machen. Sprich, wir haben das Update, das Ganze soll bis morgen 6 Uhr in der Früh gehen. Wir haben sozusagen das Halloween-Update, das ist ganz in Ordnung, gepaart mit der 50 Millionen Download-Festival-Celebration und wir bekommen hier eine neue Easton. Natürlich jetzt nicht so, tatsächlich hätte ich mir was Besseres gewünscht, denn an sich ist, glaube ich, der letzte Charakter, der als Halloween-Charakter rauskam, war, glaube ich, eine Roxy. Ich glaube, sie wollen einfach die Halloween-Story nicht nochmal neu machen, sich es einfacher machen, das Ganze einfach so reinbringen. Die Story einfach nur vom letzten Halloween ein bisschen erweitern eventuell. Ich denke mal, das ist ein ganz schlauer Move, um sich möglichst wenig Arbeit zu machen. Dann haben wir natürlich Easton als Charakter. Da haben wir einmal ihre Passive, ihre Passive. Also wäre sie wahrscheinlich rot, wäre es besser. Aus irgendeinem Grund ist sie hier grün. Aber sie hört sich für mich als allererstes mal so an, als ob sie die Menschenteams unterstützen sollte. Aber irgendwie passt sie nicht so ganz ins Bahnteam rein. Und ein anderes Menschenteam haben wir zurzeit nicht so richtig. Also eventuell auch ein Charakter, der eventuell später in einem Menschenteam ohne Purgatory-Bahn und sowas seine Rolle gut erfüllen wird. Und zwar bekommen wir für jeden toten Gegner in PvP die Basiswerte von Menschen um 7% erhöht. Und wenn wir in einer Verbündetenrunde mit einem Menschen jemanden killen, wird die Ult vom Gegner von allen um 2 reduziert am Ende der Runde. Sprich, wir killen einen, die Runde ist beendet. Dann werden dem Gegner, allen 3 Gegnern, beziehungsweise dann 2, wenn man einen gekillt hat, 2 Ult-Kugeln abgezogen. Sprich, man tut sich hier auf jeden Fall immens pushen bis zu 21%, eigentlich 28% wenn man den vierten killt. Aber nachdem man den vierten gekillt hat, hat man ja nichts mehr vom Basiswerte-Push. Also geben wir mal so zwischen 7% bis 21% Basiswerte, die wir hier mitten im Kampf immer zur Verfügung haben, wenn wir Gegner killen. Plus wir haben hier ein Ult-Reduce. Hört sich ja für mich erstmal ganz gut an. Dann haben wir hier eine Single-Target-Angriffskarte mit Flutschaden, sprich 0,8% mehr Schaden pro Prozent HP, den sie noch hat. An sich eine starke Angriffskarte, aber wenn wir uns jetzt hier mal die Crit-Chance und den Crit-Damage anschauen, sehen wir, dass dieser Charakter auf jeden Fall nicht den krassesten Damage raushauen wird, denn er wird so gut wie niemals kritten. Sprich, diese Flut-Damage-Karte bei dem Charakter fühle ich tatsächlich nicht so. Dann haben wir noch eine AOE, die ist ganz in Ordnung. Wir haben 150% Schaden drauf, dann eine Ult, die reduziert wird und dann halt eben drei, aber das Ganze als AOE. Und hier haben wir das Ganze auf Bronze ohne Effekt haben, aus dem Grund, dass das Ganze nicht am Ende der gegnerischen Runde abgezogen wird, sondern direkt, sprich, wenn wir das hier auf Silber haben, können wir sozusagen die ganze gegnerische Palette einmal die Ult reduzieren. Dann haben wir auch ihr Holy Relic, das wird wahrscheinlich gleich auch nochmal in den Update-Notizen gezeigt, was für Holy Relics dann alles neu sind, aber das hier ist ihres. Und zwar jedes Mal, wenn sie einen Skill benutzt, mit dem sie die Ult reduziert, bekommt sie 10% pro Orb, den sie entfernt hat, geheilt. Sprich, auf Silber wären das hier chillige 30%. Wenn wir das Ganze auf Gold spielen und der Gegner auf jedem Charakter auch mindestens drei Ult-Kugeln hat, sind das bis zu 90% von unseren dezimierten HP, die wir hier geheilt bekommen. Die Ult ist auch Flutschaden aus was für einem Grund auch immer. Der Charakter ist absolut für mich nicht fürs Damage machen, eher ein Support-Charakter. Und ich gehe mal davon aus, dass ihre Passive auch hinten wirken wird. Ich sehe hier kein All-Schild oder sonst irgendwas, weil wir halt nicht im Spiel sind. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ihre Passive halt eben auch hinten funktioniert. Damit ist sie für mich ein ganz klares Support-Charakter. Braucht man sie unbedingt? Ich würde sagen, zur Zeit auf gar keinen Fall. Sprich, ich werde sie auf jeden Fall auch skippen, auch wenn das natürlich in der Box dann wieder fehlt. Aber ich denke mal, wir werden bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall noch mindestens einen richtig, richtig guten Charakter bekommen. So, schauen wir mal weiter. Wir bekommen ein neues Artefakt-Set. Und zwar bekommen wir hier den Schaden von menschlichen Verbündeten um bis zu 10% erhöht in den Nighthood-Boss-Battles. Ich denke mal, das ist auch ganz gut. Vieles kann man mit dem Pertory-Bahn-Team easygoing, schnell ein paar Punkte machen, dass man gut dasteht. Dann haben wir ein paar neue Bundles. Die würde ich auf gar keinen Fall kaufen, deswegen skippen wir die auch alle. Dann bekommen wir ein neues System-Update. Rankings-Tab in Brawl. You can now check the rankings up to 100 places in Brawl through the Rankings-Tab. Ah, wir sehen jetzt die Top 100 im Brawl Stars PvP. Kann man sich dann hier anschauen. Eventuell sieht man dann auch die Teams und alles. Wir können jetzt übrigens auch die Teams anscheinend übernehmen von den Gegnern, die wir uns anschauen. Sehen irgendein Team, was wir auch probieren wollen. Können uns das jetzt hier mit Auto-Set anscheinend selber direkt kopieren. Und jetzt haben wir einen Countdown für Event-Check-In-Rewards. Okay, aber der wird ja immer wieder von 23 Stunden auf 0 runterlaufen. Wir bekommen doch als Einlog-Event sowieso immer ein Standard-Ding. Oder ist das die Zeit, wie lang das aktuelle Event-Check-In-Reward am Start ist? Das wäre natürlich sinnvoll, aber an sich, ansonsten kann ich da jetzt nicht so viel mit anfangen. Dann haben wir hier ein paar neue und Returning-Costumes. Nimmt man gerne mit. Und wenn das hier... Das dürfte, glaube ich, das Kostüm von Assault-Mode Meliodas sein. Und wenn ich mich recht erinnere, hat Assault-Mode Meliodas bis jetzt immer noch keine fünfte Waffe. Das wäre die fünfte Waffe. Das wäre auf jeden Fall schon mal ziemlich nice. Aber ich spiele Assault-Mode Meliodas gar nicht. Ich habe auch seine Kosmetics nicht. Das heißt für mich eher uninteressant. Ich gehe mal davon aus, das wird für Nebulas Seldris sein. Bei ihm weiß ich gar nicht, ob er überall fünf Kosmetics hatte. Und das wird für Festival-Estarossa sein. Bei ihm weiß ich es gerade auch nicht auswendig, ob bei jedem Kosmetic denn schon fünf da waren. Wenn nicht, haben halt eben alle drei jetzt überall fünf Kosmetics. Wenn die anderen beiden das schon hatten, dann ist es halt nur Assault-Mode Meliodas. Aber ey, wir haben da drauf lang genug gewartet. Bestimmt eineinhalb Jahre oder sowas knapp. Dann haben wir hier die Returning-Costumes. Wir haben einmal für den Festival-Gorfer, einmal für Margarete. Dann haben wir hier einmal die Returning-Costumes, die wir uns jetzt hier für einen verringerten Preis kaufen können. Statt 30 für 20 nimmt man immer gerne mit. Wenn es nicht für nutzlose Charaktere wäre. Wie so ziemlich fast jeder Charakter hier ein kompletter Standard-Charakter ist, den es seit Anfang an gibt. Gibt es seit Anfang an, gibt es seit Anfang an, gibt es seit Anfang an, gibt es seit Anfang an. Für den King gibt es seit Anfang an, ich denke mal, das auch, das auch. Ich glaube, der neueste Charakter ist hier Lilia und die ist auch schon uralt. Sprich, ja, das kann man also komplett vergessen. Es sei denn, man hätte dafür irgendeinen Charakter, wo man unbedingt Kosmetics für braucht. Aber ich denke mal, da haben wir entweder schon überall die Kosmetics oder man hat halt eben Glück und kann sich jetzt hier ein paar Kosmetics günstiger holen. Dann haben wir das Check-In-Event, wo ich dachte, dass sie eventuell schon die 150 Diamanten meinen, die wir als Einlog-Belohnung bekommen. Ich wusste damals im Video nicht, wie genau, wie viele Diamanten als Einlog-Bonus es gibt. Ich wurde darauf hingewiesen, es sind 150, hier sind es 100. Sprich, diese 100 bekommen wir hier tatsächlich nochmal extra mit gleich 30 Diamanten am ersten Tag. Sprich, nochmal 100 Diamanten obendrauf. Die nimmt man immer gerne mit. Dann haben wir hier ein paar Special Missions-Event. Dort können wir uns einmal diese Elaine hier rausholen, wieso auch immer wir diese Elaine hier brauchen sollten. Dann natürlich die 10 Easton-Tickets, um sich hier einen Multi gratis zu holen. Dann haben wir World Quest Midnight Circus. Ich denke mal, das wird einfach nur eine Story sein. Genau, da können wir ein bisschen durch die Story spielen. Und hier haben wir ein paar Halloween-Boxen mit diesen Belohnungen. In random einer davon drinne, nimmt man auch gerne mit. Wir haben ein Bingo-Event. Das Bingo-Event läuft zurzeit sogar, wenn sie das meinen, oder? Ne, Bingo läuft nicht. Wir haben zurzeit, äh, wow. Das, wo man nur die Felder öffnet, nicht wo man die Zahlen explizit ziehen muss. Ja, hier einmal ein Easton-Bingo-Event. Einmal in Fort Solgus, Event-Boss-Battles und Boss-Battles. Die normalen Tickets und die Bingo-Exchange-Tickets. Sprich, da, wo man spezifisch für Zahlen wählen kann. Die gibt's in den Hauptstufen, in den Nightwood-Boss-Battles, in den Todes-Matches und in der Trainingsgrotte. Zusätzlich kann man sich natürlich auch ertauschen. Würde ich aber nicht empfehlen. Wir können hier bis zu drei, äh, zehn Stück am Tag, die wir uns auswählen können. Plus 30 Stück, die random vergeben werden. Ich denke mal, das sollte langen. Dann haben wir hier die Bingo, ähm, die Bingo-Belohnungen. Einmal rundenbasiert, was es immer am Ende gibt. Und generell, was wir hier an Belohnungen drin haben, sieht irgendwie ein bisschen anders aus als normal. Aber ich denke mal, das liegt daran, weil sie hier Random Rewards 70% und 30% hier reingemacht haben. Denke mal, das soll einfach irgendwas dann sein, was sie hier nicht mit reingepackt haben. Dann haben wir ein Event, äh, verfügt bei uns, war das Boss-Battle. Wir kennen es schon aus den letzten Jahren. Letztes Jahr an Halloween gab es, glaube ich, Haulex, den roten Dämon und den grauen Dämon. In Halloween-Kostümen heute, dieses Mal, gibt es den OG-Dämon und Belmoth. Wobei ich bei Belmoth gar nicht erkenne, was hier sein Halloween-Kostüm sein soll. Aber die beiden gibt es anscheinend nochmal als Boss-Battle. Aber ich denke mal, das ist ziemlich, ziemlich lame. So ein Event dann nochmal. Also, allein schon den Charakter zu nehmen, wovon wir schon mehr als genügend Versionen haben, von der Easton, die dann als Halloween-Special-Charakter rausbringen, nur weil man eventuell dann mit der Halloween-Story nicht so Probleme hat und kann die einfach easy weiterführen oder gerade nochmal durchspielen, in der Hoffnung, dass es niemand merkt, eventuell. Könnte ja sein. Und dann einfach nur den Kürbiskopf auf den OG-Dämon draufsetzen und sagen, das ist ein Event. Naja, ich weiß ja nicht. Dann haben wir auch nur die Schwierigkeitsstufen normal, hart und extrem. Plus, man wird wahrscheinlich alleine gegen die ganzen Antreten. Aber es gibt hier keine Hölle. Das heißt, das Ganze sollte, wenn man die Demons auf Hölle macht, für einen doch sehr einfach sein. Da gehe ich mal von aus. Das Ganze bis zu 5 Mal am Tag. Dann haben wir natürlich einen Clear-Count-Reward. Wir müssen das Ganze 15 Mal machen, damit wir alle Belohnungen bekommen. Dann haben wir einen Exchange-Shop. Dort gibt es diese Belohnungen drin. Auch hier sehe ich erstmal nichts sonderlich Geiles bei, was man hier rausbekommt. Bis auf diese Lollis. Wofür die Lollis sind, weiß ich aber gar nicht. Dann haben wir Fort Solgris Reward Dungeon Part 2. Der Diamant wurde durch den Super Wagening Coin ersetzt. Auch das ist nichts Neues für uns. Season 3 Halloween Furniture Returns. Da haben wir das Halloween-Kostüm-Set für die Taverne. Kann man gerne mitnehmen, wenn man es nicht schon hat. Denn hier steht, das ist Returns. Wenn das Returns ist, habe ich das auf jeden Fall schon. Brawl Victory Box Update. Und zwar wird das Ganze auf eine 50 Millionen Download Special Brawl Victory Box erweitert. Das ist die normale. Das ist die spezielle für die Download Festival. Für die 50 Millionen. Und die Belohnungen, ja, sind auf jeden Fall hier die Reihe besser. Und ansonsten, ja, ist das Ganze eigentlich gleich. Aber auf jeden Fall ist das auf jeden Fall deutlich besser als das hier. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Dann haben wir ein Fight Festival Event. Wir bekommen 50% mehr PvP-Punkte. Das heißt, für die Leute, die sich hochspielen wollen, ist das immer ganz nice. Dann haben wir ein Victory Count Event. Für eine Woche und für zwei Wochen. Sprich, in der ersten Woche 15 mal daran teilnehmen. In der zweiten Woche auch. Und man bekommt hier die ganzen zusätzlichen Belohnungen. Dann haben wir ein Boosting Event Part 2. Und zwar bekommen wir jetzt zweimal mehr Skip Tickets, wenn wir uns patrouillieren schicken während des Events. Nimmt man gerne mit. Ich denke mal, viele von euch haben mit denen sowieso ein bisschen Probleme. Ich habe davon immer genug. 5.000, 6.000 Stück. Für mich ist das jetzt nicht so interessant. Aber gerade Skip Tickets nimmt man immer mit. Dann haben wir die täglichen Aufgaben, die erhöht worden sind. Und zwar bekommen wir hier wieder mal die drei Diamanten statt nur zwei Diamanten raus. Auch das nimmt man gerne mit. Dann haben wir noch ein Battle Event und auch fünf Aufgaben erledigen. Nochmal zwei Diamanten zusätzlich bekommen. Plus hier bis zu 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 16 Ausdauertränke, wenn ich mich nicht irre. Dann haben sie hier einen Bugfix, wo anscheinend das Spiel, wenn man ein Ike-Turnier gemacht hat, immer mal wieder abgestürzt ist. Und wir haben hier ein paar Items, die in den Festival Shop kommen. Und zwar können wir jetzt Demon Mets, also das Verdopplungs-Food dafür, nicht nur in der Ritterschaft kaufen, sondern auch für PvP-Coins kann man sich jetzt auch das Food holen für die Demons. Das einzige Food, was immer noch fehlt, was ich mega feiern würde, wenn es endlich mal kommen würde, wäre natürlich das OG Demon Food. Gut, das wäre auf jeden Fall nochmal ziemlich nice, aber durch das jetzige Event, wo man das Ganze sozusagen automatisiert einmal für drei Belohnungen bekommen kann, funktioniert es auch ganz gut, würde ich sagen. Aber damit wäre es halt nochmal deutlich besser, würde man einen Demon machen, Belohnungen für sechs bekommen. Das wäre auf jeden Fall schon mal nice, so wie man es machen kann bei Belmoth, einen Demon holen für sechs bekommen. Aber ja, dann soll es das mit dem Video auch schon wieder vor mir gewesen sein. Ich habe mir heute irgendwie ein bisschen viel Zeit gelassen mit dem Reden. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ich hoffe, das Video gefallen hat.